Ja Mann, du weißt Bescheid, die hauen den gleich weg, die lüten den auseinander. Versteht ihr, was ich meine? Keiner macht mit uns Faxen. Keiner macht diese Faxen mit uns, ja normal. Keiner, wenn der kommt gleich, mach's dir weg. Komm mal weg, komm, komm. Ja. Bruh. 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 Geh, 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 geh hol dir den, geh hol dir den. Ja, 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 ja. Bruh. Was denkst du, wenn du bist, ne? Mach dich fertig, mach dich fertig, komm her. Mit dich hab ich doch gar keine Zeit. Bruh. Alles gut? Ja, ja, alles gut. Mir geht's gut. Es ist nichts passiert. Ah, okay, also den Döner geht's gut. Bleh. Döner? Äh, hier! Ist jetzt deiner. Bleh. 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 Alles gut bei dir? Alles gut? Ja, ja. Was war das? Was war das? Danke, dass du mich aufgefahren hast. Kein Problem. Hauptsache dir geht's gut, weißt du? Ja, wie kannst du mich dafür bedanken? Äh, bedanken? Brauchst dich nicht bedanken. Alles gut, alles gut. Doch, bitte. Schreib dir meine Nummer auf. Schlag dich zum Essen ein. Äh, ach so. Äh, Nummer? Essen? Ja. Äh, okay, okay, okay. Sag mir mal deine Nummer. Bruh. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Nein! Bruder! 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 Steh auf! Was hast du gemacht, Mann? Ja, hallo! Kommt sie schnell, Notfall! Mein Freund wird überfahren! Kommt sie schnell! Haben du, bitte? Ja, ist das die Margaräte mit Doppelkäse? Ja, ja! Okay, okay! Bruder! Bruder, Hilfe ist da! Warte, warte! Bruder! Bruder! Pizza, Bruder! Bruder! Hier, nimm, 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 beiß! Bruder, geht's dir gut? Warum sollst du mir nicht Druck nehmen, Bruder? Iss, iss, Bruder, iss! Bruder! Bruder! Bruder, 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 bruder! Kommt, Bruder, du schaffst das! Weiter, weiter, weiter! Bruder! Ich kann nicht mehr! Komm, Bruder, weiter, du schaffst das! Komm, Bruder, du schaffst das! Okay, kaffst das! Hör, du schaffst das! Sie fachen! Du schaffst das! Bist du schaffst das! Schaffst das! Mit der Zeit? Das ist der Tag. Aber vorher hat mich. Dreck! Fiep! Bruh! Fiep! Bruh! Fiep! Stop, three people! Bruh! Garola geil. Bruh. Wieder aus die Dollar. Ich mach mal ein Müll einmal. Bruh. Habibi. Habibi. So meine Freunde, das war mal ein Video mit Fat Comedy. Bruder, komm mal her, komm mal ins Bild rein. Warte, Bruder, ich bin nicht so schnell. Egal, setz dich mal hin, Bruder. So, Freunde. Bruder, es hat geknackt. Warte, mach mal Cut, mach mal Cut, Bruder. Bist du haflich versichert, Alter? Was für haflich? Was für mein Sofa kaputt geht. Was soll kaputt gehen, Tafel Schokolade? Bruder, was laberst du da, Bruder? Ich hab 5.000 Euro bezahlt für die Scheiße, Mann. 5.000 Euro? Er macht Filme wegen 5.000 Euro. Damit geh ich zwei Tage lang essen. Du hast eine Million Abonnenten. Bist jetzt auf 5.000 Euro angewiesen? Guck mal, kommt der mir mit Abonnenten an? Ja, ich hab eine Million Abonnenten. Ist okay, ich scheiß drauf. Scheiß auf das Sofa. Mach mal jetzt ein bisschen hier. Ich brauch doch Abonnenten auf Instagram. Mach mal diese Outro, Mautro. So, Freunde. Warte mal, Bruder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mit Fett Comedy auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, Freunde. Und wenn ihr ein weiteres Video mit Fett Comedy wollt, schreibt es in die Kommentare, Bruder. Wie heißt er auf Instagram? Fett Comedy. Auf jeden Fall, ich blende es hier ein. Folgt ihn auf jeden Fall auf Instagram. Der macht lustige kurze Videos, machst du, ne? Mhm. Ja, so mit diesen Filmen. Checkt auf jeden Fall seinen Insta-Kanal ab, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Sinne. Eu und ich Jans. Fett Comedy. Peace. Au! Bye. Bye.